Bekommen wir den Thanos Handschuh doch schon vielleicht früher als AirDrop beziehungsweise als Kaufmöglichkeit, denn wir sehen nämlich den fünften Infinity Stone auf Vivi. Außerdem gehen wir auf jeden Fall auf eine sehr coole Ankündigung ein. Außerdem gehen wir auf das Thema Interoperability ein, warum es vielleicht noch nicht da ist, beziehungsweise vielleicht sich auch bei manchen Lizenzen niemals entwickeln wird. Das auf jeden Fall und mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen auf jeden Fall nicht verpassen solltest. Und wenn dir sowieso mein Kanal und meine Videos gefallen, dann lass doch auf jeden Fall sehr gerne ein Abo de Morda, so verpasst du auf jeden Fall keine wichtigen Vivi News und auch Ecomi News mehr. Jetzt würde ich aber sagen, let's go up ins Video. Eine sehr interessante Nachricht kam dann gestern auch im Livestream und zwar nämlich, dass wir den fünften Infinity Stone sehen werden. Und das heißt, an dieser Stelle fehlt tatsächlich dann nur noch ein einziger und der Job wird an dieser Stelle am Montag um 17 Uhr deutscher Zeit sein. Und wir werden wie gesagt hier den auf jeden Fall den fünften Stein sehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist. Schreib es mir auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare. Was außerdem natürlich hier auch mit dann wieder kommt, ist natürlich, wenn wir dann bei den Thanos Handschuhen als Airjob, beziehungsweise als Kaufmöglichkeit haben und hier das Ganze sozusagen verbinden können. Denn das ist eine Sache, die ich persönlich auf jeden Fall befürworte, wo ich auf jeden Fall denke, dass es dorthin gehen könnte. Und das braucht man natürlich dann aber auch alle sechs Steine. Das heißt, momentan sind auch die Steine wieder ein bisschen gestiegen bei allen möglichen Collectibles. Bei dem Eye of Agamotto ist ja so ein bisschen die Frage, ist es dort die Rare oder ist es die Secret Rare oder auch beides. Das ist eine Frage, die kann ich euch einfach nicht beantworten, weil wir es einfach schlichtweg nicht wissen. Die Secret Rare ist glaube ich aber momentan tatsächlich schon fast bei 400 Gems, also schon deutlich, deutlich teurer. Selbst die Rare ist auf jeden Fall auch gerade schon auf Marsch zu den 80 Gems. Ansonsten hat uns Vivi auf jeden Fall gesagt, dass es dieses Wochenende keine weiteren Jobs geben wird. Aber es wird auf jeden Fall in der kommenden Woche einige sehr coole Jobs geben. Unter anderem das Community Update, worüber ich euch natürlich auf dem Laufenden halten werde. Deswegen abonnieren, dann wirst du es auf jeden Fall nicht verpassen. Unter anderem wird es auf jeden Fall laut Ihnen noch mehr geben. Ich gehe mal davon aus, dass wir auf jeden Fall hier nächste Woche das Merging sehen werden. Eventuell aber tatsächlich auch schon weitere Projekte. Darüber werde ich euch natürlich aber hier auf dem Kanal auf dem Laufenden halten. Und ansonsten gehen wir mal auf das Thema Interoperability ein. Und dazu hat der gute Gaston hier auf Twitter einen sehr schönen Thread mal gemacht. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze mal an, warum wahrscheinlich manche Lizenzgeber, wie zum Beispiel Disney hier, erstmal nicht auf anderen Marktplätzen launchen werden. Diese Gründe sind tatsächlich relativ plausibel und für manche tatsächlich wahrscheinlich nicht gerade so auf der Hand liegend. Schauen wir uns doch erstmal an, was ist denn überhaupt erstmal Interoperability. Interoperability im Prinzip erlaubt dir den Transfer von deinen Vivi-Sammlerstücken, zum Beispiel in deine eigene Brieftasche, zum Beispiel auf die Metamask oder Ledger, whatever. Dass du es einfach extern irgendwo gespeichert hast. Ja, warum ist Interoperability eigentlich so wichtig? Natürlich dafür ist das wichtig, dass wenn Vivi zum Beispiel pleite geht, dass ihr natürlich hier dann eure Assets noch habt, beziehungsweise einfach gesichert habt. Was man an dieser Stelle aber sagen muss, ihr habt an dieser Stelle nicht das Bild direkt, weil dieses Bild einfach nicht als NFT möglich ist umzusetzen. Das heißt, ihr habt das im Prinzip nur einen Link zu einem Bild, muss man ganz klar sagen. Aber nichtsdestotrotz habt ihr natürlich den Smart Contract, der euch natürlich auszeichnet, dass ihr der Besitzer diesen und jenes NFT seid. Das ist erstmal hier an dieser Stelle festgehalten. Und ja, warum ist Interoperability jetzt noch nicht verfügbar? Und das ist wahrscheinlich hier die beste Antwort, die man auf dieses Thema geben kann. Denn Interoperability ermöglicht es ihnen, also ihre Sammlerstücke natürlich auf anderen Marktplätzen zu verkaufen. Und ja, Vivi wie auch Disney erhalten natürlich hier nicht ihre 2,5 und 6,5 Prozent Fee. Wo auch einfach Disney wie auch Vivi sagen, hey, wenn wir dort keine Fee bekommen, dann werden wir das da auch nicht verkaufen. Und das ist natürlich ein großes Problem an dieser Stelle für die Interoperability. Denn dadurch wird es sehr wahrscheinlich erstmal nicht möglich sein, hier auf jeden Fall Disney-NFTs auf AMX zum Beispiel zu kaufen, wenn AMX sagt, nein, wir führen das nicht ein und die Fees gehen dann sofort an Disney. Das ist einfach ein sehr großes Problem, was hier wahrscheinlich auch momentan einfach vielleicht noch rechtlich herrscht. Das heißt, hier müssen wir uns auf jeden Fall gedulden, was das ganze Thema angeht. Ich gehe davon aber auch, dass es tatsächlich bei Kunstgegenständen wie zum Beispiel von Ron English hier auf jeden Fall deutlich schneller gehen wird, weil es einfach dort ja nur einen Mann gibt, den man dort fragen muss. Und das ist nämlich Ron English. Und wenn der sagt, hey, wir machen das so und ich brauche auch keine Fee, etc., dann ist es auf jeden Fall deutlich schneller machbar als zum Beispiel bei einem Riesenkonzern wie Disney oder auch natürlich vielen anderen Subbrands wie Star Wars und so weiter und so fort. Mich würde aber auf jeden Fall mal deine Meinung interessieren zu dem Thema Interoperability. Wie stehst du dazu, braucht Vivi das unbedingt für jeden Brand oder ist das egal? Schreib es mir sehr gerne unten in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und als erstes schauen wir uns dann auf jeden Fall hier noch das nächste Artwork an. Und zwar sehen wir nämlich hier von Netscha Bustos. Fantastic Four, Hashtag 38 mit einem wirklich sehr, sehr coolen Artwork, muss ich ehrlicherweise sagen. An dieser Stelle gelten die gleichen Bedingungen wie jedes Mal. Und ansonsten war es das heute mit diesen wirklich schon wieder sehr schnellen und kurzen Vivi News. Wenn dir das ganze Video auf jeden Fall gefallen hat, dann gebt uns das Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall sehr herzlich bei dir fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend. Bis dahin, dein Captain. Ciao, ciao.